Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Skyrim, also The Elder Scrolls Kaim. Und ja, ich habe sehr viel mich vorbereitet und ich habe sehr viele Ideen ausgedacht, was ich so machen soll. Ich habe viele Mods und Grafikmods installiert, also ihr werdet auch auf anderen Genuss kommen. Zum Beispiel ist Puff of Elsewire drin und noch 3 oder 4 andere Kondensmods, zum Beispiel über Obliviontore und so weiter. Ob ich das jetzt wirklich schon so drin ist, dass alles geht oder so, weiss ich nicht. Also ich habe jetzt neue Dragonborn, also Dragonborn ist mit dabei da, das habe ich jetzt gekauft. Die anderen 2 hatte ich ja früher schon, die anderen 2 DLCs. Und jetzt spiele ich das erste Mal mit Dragonborn und ich weiss nicht, ob alles funktioniert oder sonst. Ich habe Probleme mit dem Nexus Manager und da muss ich zuerst noch fixen, dann wird alles noch ein bisschen gepatcht und so. Und wahrscheinlich dann geht es. Der unoffizielle Dragonborn Patch geht bei mir irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Dann wollte ich ein Quest Script installieren, wo man manche Quests auf später verschieben kann, damit sie nicht immer scripten oder so. Das geht auch nicht. Also ich weiss eigentlich, was jetzt momentan los ist und ja. Aber wir werden jetzt erstmal einfach spielen und ja, wenn wir halt neu anfangen müssen, dann halt noch was neu anfangen. Aber dann alles ein bisschen schneller machen oder sonst irgendwie. Also ja. Und außerdem ist es eine Art Roleplay, also Let's Roleplay, aber nicht immer. Also ich werde es normal Let's Play nennen. Einfach Roleplay hinten in Klammen tun. Und ja. Mehr dann in Game. Also wir starten mal. Hoffentlich geht alles. Ja schon ein Error. Ja, outdated. Das ist immer outdated. Wegen einer Zahl. Nein. Das update ich dann, wenn es in den nächsten Video geht. So, ich hoffe es geht. Das geht alles und legt nicht. FPS sind relativ gut. Könnte besser sein. Irgendwann ist es nur am Anfang so. Und wir sehen eine Robe. Der Mann hat jetzt eine Robe an. Der Fahrer. Ah, nur einen Umhang sehe ich gerade. Skyrim und alles sieht so schön aus. Skyrim sieht immer noch schöner aus wie zum Beispiel Dayset. Das habe ich kürzlich gekauft und gespielt und das war einfach richtig cool. Aber es sieht nicht so gut aus wie Skyrim. Sie sind da. Sie sind da. Endlich seid ihr wachen. Ihr wolltet die Grenze überqueren. Es ist ein bisschen leichter. Machen wir ein bisschen lauter. Wie wärs mit Stimmen. So. Sollte es eigentlich gehen. Ja. Oh, wir sind gefangen. Kann man hier nicht. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch besucht? Hätte ich das Pferd spielen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach... Dann muss ich noch ein bisschen lauter machen. Weil bei mir ist es immer ein bisschen lauter als bei euch. Dann muss ich bei mir immer ein bisschen lauter machen. Amabel. Hier da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Also in den vorherigen Let's Plays von Skyrim habe ich immer die Sturmmäntel genommen. Und jetzt nehme ich die Kaiserliche mal. Jo, ich finde die Sturmmäntel machen nicht alle so gut wie die Kaiserlichen. Aber ich mag sie sehr und auch wenn sie Rassisten so sind, es ist klar, wenn alle anderen immer wieder ins Reich kommen und machen was sie wollen, dann wird man rassistisch, aber eben. Wir sind jetzt Kaiserliche und das ist gut so. Und dieser Berg sieht einfach so geil aus. Das Dorf sind jetzt letztens so schön. Was sind die Bösen dort? Die Talmor sind das. Genau. Ja. Das ist der Hals der Welt. Und der Hösterberg ins Keim. Es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihnen. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Was sind das für Leute Pappen? Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Veload immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut? Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Sieht alles so schön aus. Die Rüstungen schaue ich immer so gerne an. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Ja hier ist Schluss und wir werden geköpft und das Spiel ist zu Ende. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Na ja. Du bist ja ein fremdes Bote. Und der nervige... Der nervt herum. Das Kaisereich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel. Jarl von Winteln. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Alle mit den Büchern. Hey, mach nichts Blödes. Aaaaaaah! Ja dann ist er halt tot. Nächster bitte. Will sonst noch jemand ziehen? War ich. Wartet. Ihr da. Tretet vor. Aber ohne ein Pfeil ins Knie. Wer seid ihr? Hier. Okay. Wie ihr seht hat sich da sehr viel geändert. Und ich weiss gar nicht was ich alles einstellen soll. So viele Sachen gibt es. Man kann sogar die Größe der Waffen ändern. Ich will ein bisschen grösser. Ich weiss nicht was gross ist. Machen wir 2 Meter. So. Ja komm schon. Ah, das ist zu sensibel. Kann man das nicht mit der... Doch kann man... Waffengröße hinten. Müsste alles 2 Meter sein. Also nicht, dass es dann plötzlich scheiße aussieht. Ach komm. Klick. Zurück. Zurück. So. Dann Bizeps bisschen grösser. Ich seh nix. Lol. Was sieht hier schrecklich aus? Suchen? Ne, ich will nicht suchen. Ich will ein bisschen runter. So. Das reicht. Jetzt können wir das noch ein bisschen hoch machen. So. Der Kopf. Lol. Haha. Okay. Ähm. Das sieht creepy aus. Ich weiss nicht. Wie war er nochmal? Ich will nicht so einen kleinen Kopf. Mann das ist zu sensibel. Die Größe. Da machen wir einen riesen. Eins. Eins. Was sind das für Mengenangaben? Größenangaben. Ich will nochmal. So. Ich will nochmal. Also machen wir hier nicht mehr viel. Machen wir lieber weiter. Und hier. Ja. Ich hab gut nachgedacht. Ich wollte zuerst einen Waldelf machen. Aber der ist mir nicht so sympathisch. Der hat zwar gute Bogenskiss. Aber das können die anderen nachher auch erreichen. Dann will ich einen dunkle 11 machen. Der ist zwar nicht mehr so der beliebte. Aber ich möchte auch nicht unbedingt so beliebt sein. Wir nehmen einen kaiserlichen. Wollen wir einen kaiserlichen nehmen? Naja. Das widerspricht dann dem Ankündigungsvideo. Wir nehmen einen dunkle 11. Wir können später noch einen kaiserlichen nehmen. Aber man kann zwischen 1 und 0 enden. Und alles wurde wieder zurückgesetzt. Also machen wir zuerst das. Und dann das andere. Und hier nehmen wir. Uh. Der sieht mir fürchtig aus. Sollen wir irgendwie. Sollen wir einen Zombie machen? Nein. Wir wollen schon einen schöner Mann nehmen. Nehmen wir nicht so einen brüchigen. So. Die Hautfarbe. Ich wollte eigentlich dunkel nehmen. Gibt es keinen dunkle 11, der dunkel ist. So. Gewicht. Grösse. Ja. Da kann man wieder das einstellen. Gewicht nicht so dick. Ähm. Der Kopf wieder grösser machen. Linker Bizeps. Achsgrösser. Naja. Naja. Ich will eigentlich so bleiben. Ich will jetzt nicht so grosse Sachen haben. Lassen wir das. Nasenbart. Naja. Nasenart. Ähm. Hier nix. Nix. Die Augen. Die Augen. Augenform. Augenfarbe. Die Farbe könnte anders sein. Naja. Gibt nicht schönere. Liederfarbe. Nö. Wir wissen. Wir wollen kein Make-up haben. Braun ist egal. Lippenfarbe könnte man noch anders sein. Bisschen natürlicher. Ja so. Dann die Haare. Oder hier. Hm. Irgendwie gefallen dir die Dunkelläfe nicht so. Wir sagen nichts. Oder hier ändern sollen. Hautfarbe. Ich nehme natürlich nicht die Haare. Ich will jetzt erst mal hier ein bisschen ändern. Die sind alle so bleich. Wieso sind die nicht mehr so dunkel? Ich dachte das ist ein dunkelhäutiger. Also enden wir halt. Ich bin einfach so extrem unentschlossen. Einen Bretone können wir eigentlich nehmen. Aber der ist eher mager. Kashid sind nicht so die guten. Die haben zwar eine ausgezeichnete Diebe. Aber das brauchen wir am Anfang nicht so. Nords natürlich nicht. Die Feinde der Tymor und Dagonia haben das gleiche Problem. Weil sie glaube ich nicht alle Rüstungsteile tragen können. Ja, ich weiss nicht. Das ist so 0815. Ähm, wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Nur Goldmünzen. Einen Ork könnten wir machen. Aber dann ist es nicht mehr so mit der Romance. Mit der Romanze. Ähm, hoch 11. Nö. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich zögere das Let's Play ein bisschen nach hinten. Also nach die Weite. Wir nehmen Kaiserliche. Weil wir zum Trotz keinen Dunkelöffel nehmen wollen. Also ich will keinen machen. Und wir machen ihn doch ein bisschen muskulöser. Die Hautfarbe. Lassen wir neutral. So. Ähm, Vorgaben. Ach, Vorgaben zuerst. Wie die aussehen. So. Dann Gewicht. Grösse. Kopf. Linke Bizeps. Köchergrösse. Machen wir 1,80. Ähm, so. Und dann 1,80. Ich hoffe das ist dann nicht übertrieben gross. Ich sehe hier keine. Machen wir ein bisschen runter. 1,50. Ich weiss es nicht. Kann man das später noch ändern in diesem Mod? Das ist der Wahnsinn. Da fühlt man sich ein bisschen. Schlecht. Ach, nicht immer so weit nach oben. Ah, ich hasse so Konsolensteuerung. Also von der Konsole über. nochmal eine Steuerung. Die ist immer so extrem unexakt. So. Und wenn es halt zu gross ist. Ich weiss nicht. Vielleicht kann man es ja irgendwie mit einem Cheat oder so machen. Also. Die Betzeps wollte ich noch ein bisschen grösser machen. Ähm. Man sieht, dass es zu gross ist. Was war die Grundentstellung? So. Ein bisschen runter. 84. So. Ähm. Da machen wir. Gesichtsfarbe. Ein bisschen braun wäre noch richtig schön. Runzelig braun. Schmutz minus eins. Null. Machen wir auf null. Eins. Zwei. Das macht keinen Unterschied. Null. Schmutzfarben ist ja dann weg. Narben. Machen wir aus. Kriegsbemalung. Kriegsbemalung. Ich weiss nicht. Ich mag Kriegsbemalung nicht. Ähm. Eben. Gesichtsfarbe. Ich will nicht so runzlig sein. Er ist zu runzlig sein. Das kann man sicher da noch um ändern. Ähm. Ich will jetzt nicht mehr allzu viel hier verbringen. So. Die Haare. Ähm. 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 Irgendwie so. Längere Haare. Naja. Das sieht eher so ein bisschen böse aus. Ich will nicht so böse sein. So wäre nicht gerade gut. So halt. Das ist aber ein bisschen zu lang. Ach komm schon. Gib mir die optimalsten Haare. Nein. Neh. 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 Nicht so. So. Wie vorher. Noch längere Haare. Was sieht das? Ach komm schon. Irgendwas muss man doch können. Irgendwas muss man doch können. So. Voll die Pussy. Ah. Machen wir das so. Ja. So irgendwie. Ich weiss nicht. Früher war das mit den Zöpfen irgendwie Mode. Ja. Lassen wir es so. Sonst finden wir ja nichts. Und ein Bart. Einfach ein leichter Bart. Nicht allzu gross. Nicht die Haarfarbe ändern. Hier könnten wir braun nehmen. Hm. Das sieht ein bisschen zu künstlich aus. Ähm. Zu groß. Äh. Shark. Ich will ein bisschen an Geissen Bart. Plus Schneize oder so. Oder so. Das passt zu mir. Ich habe ungefähr so ein Bart. Hier. Ähm. Wir hätten einen Nikolaus verschnitten. Ein bisschen weniger Flamme oder so. Ach komm schon. Gibt es nichts Geschaltes. Das sieht schrecklich aus. Dann machen wir es so. Es gibt keine verbundenen Bärte. Das ist das größte Problem. Wir nehmen keinen Bart. Fertig. Das sieht dabei auch nicht gut aus. Ich will einen schönen Bart. Ja. Machen wir es so. Das ist ein bisschen mehr. Aber auch gut. Und jetzt müssen wir noch die Augenfarbe ändern. Ich will da nicht so ein leuchtendes Neon. Grün. Ich will braun. Gibt es braun überhaupt? Sollte das braun sein? Ah. Sieht schrecklich aus. So. Alien. Also Braun. Ähm. Da können wir noch Sonder. Ah. Da kann es enden. Ähm. Ja. Ja. Mir gefällt irgendwie die Note zu gefallen. Mir ist es viel besser. Den Schmutz wollte ich wegmachen. Habe ich ja. Mir ist es so schmutzig. Ähm. Die Hautfarbe. Ich bin von Natur aus so schmutzig. Liegt das an einem Mod? Naja. Also lassen wir es so. M3 fertig. Drago. Basler. So. Also ich bin fertig. Er war alle versteinert und ähm. Er geht zum Block. Er geht an die Wehrmacht. Sie werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodiil zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann. Ah. Dankeschön. Sehr nett. Ich bin fertig. Einfach mal die Überreste nach hinten und mein Land reinschicken. Oder was? So jetzt gibt es Blut und Morde Die werden eben gezwungen von den Thaimor Wo sind die Thaimor? Sie sind nicht da Sie sind Pussis Ich wette am Schluss sind sie alle Versöhnlich zusammen und trinken ein Bier Und hier kommt schon der erste Schrei einer Hälte rum Der alte Alduin Komm Das ist Fries 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 Ich will das es weiter geht Es geht nicht mehr weiter Dankeschön dafür Was wollen wir jetzt machen? Let's wait Was ist denn wieder verpackt? Ach ihr Mods werdet doch einfach mal alle Ohne Bugs Das ist doch so leicht Haben wir einen Spielstand Laden Zum guten Glück das Ich hoffe es ist noch vor Den Einstellungen Scheinbar schon Gut So jetzt bitte ohne Bug Was ist denn das für ein Baumstamm hier Das sollte eigentlich auch nicht hier sein Oder Die Leiche ist immer noch da Die bleibt dort Gut Ah der ist dort hinten Deshalb wahrscheinlich geht es nicht weiter Weil dieses Cocktail dort im Weg ist Was war das? Es ist nichts Weiter machen Der hängt dort hinten Lol Komm nicht zoomen Ich will zoomen Weitermachen So geht das nicht Echt? Was ist das für ein Kackmod Uuuuuh Schlimm Muss ich jetzt wirklich Irgendein Mod raushauen Ein Mod der Landschaftstexturen Ähm Entfernt Also dazu macht Muss ich wieder entfernen Ähm Es muss ein neuer sein Was ist das Berg? Und Skype ist natürlich auch noch an Ich weiß nicht Okay dann beende ich das Let's Play Und schau dass es wieder geht Und dann mache ich das gleiche nochmals Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Tschüss! 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 Tschüss!